ja hallo liebe leute und herzlich willkommen bei einer neuen folge never ball nach langer zeit mal wieder tour de force dieses hammer level ist hier übrig noch und wir gucken noch mal an wie das hier läuft ich habe das ja oder auch nicht ich habe das ein bisschen offscreen mal geprobt aber das ist auch schon wieder lange zeit her dieses level ist so dermaßen heftig wir werden vermutlich mehr als zehn und versuche brauchen wir die stelle hier allein die ist schon richtig krank geschafft relatives glück drehen 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 damit schon zeit gelassen und ich glaube das wird dann schon relativ knapp ja neue fraps version ist raus 35 kann jetzt eine große datei anlegen statt getrennte 4gb große dateien keine ahnung ob das praktisch ist oder ob das überhaupt jetzt hier funktioniert ja das war jetzt blöd wir werden es ja dann sehen wenn diese aufnahme im kasten ist ach was wir auch jetzt können das ist jetzt natürlich eine blöde ecker nein bitte ich glaube hier muss man so ziemlich jede münze schaffen um hier überhaupt ins ziel zu kommen und so wird es natürlich nicht ja was ich auch gut finde ich hatte jetzt heute am heutigen freitag meinen acht tausendsten zuschauer wenn ich sehr gut vielen dank ich habe mittlerweile auch schon eine recht ich sag mal doch schon große zahl an abonnenten nämlich 26 da war ich zu langsam wobei ich glaube die meisten meiner zuschauer gucken sich ja nicht open trans partei cool und formel 1 an und ja dieses never ball das ist glaube ich kaum interessant aber man muss ja trotzdem auch ein bisschen abwechslung bringen warum da nicht dieses schwere spiel nehmen was da schon wirklich heftig ist oh das kann nicht so weiter geht es oh ja 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 halt 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 so manuell stellen wir da mal wieder ein ach da habe ich zu früh gebremst da habe ich zu früh gebremst da habe ich zu früh gebremst Wenn man schnell genug ist, kann man also scheinbar hier einfach rüberziehen, aber ich weiß auch nicht, inwieweit uns hier die Zeit im Nacken sitzt, weil dort hinten, da müssen wir auch noch hin. So, Verfolgerperspektive wieder einnehmen. Oh, nein! Ach, das ist doch eine... Ich habe jetzt allerdings auch nicht auf die Zeit geguckt. Ich wüsste jetzt nicht, ob das überhaupt reicht. Ah, da bin ich hängen geblieben. Ja, ich habe jetzt teilweise auch über 160 Zuschauer am Tag. Das gefällt mir auch sehr. Mein erstes Ziel ist ja, ich sage mal, konstant über 100 Zuschauer täglich zu haben und dann mal schauen, wie wir uns steigern werden. Kann man jetzt noch anpegeln rüber? Oh, oh. Ach, ich glaube, die Zeit, die wird jetzt hier schon zu knapp. Oh, oh. 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 Wie ist das ein... Na, wir ziehen einfach durch hier. Wir versuchen das überhaupt mal, überhaupt mal irgendwie ans Ziel zu kommen. Ui, das war jetzt aber schon knapp und das war... Oh, das war Glück, aber das war jetzt pech. Oh. Oh. Bitte, bitte. Ui. Achso, ich bin noch in der falschen Perspektive drin gewesen. Und daher... Moment, geht gleich weiter. Und daher ging das nicht so richtig, wie ich wollte. Ah, schon wieder. Ich glaube, da bleibe ich doch eher bei Open Transporteik und Deluxe. Als bei diesem schwierigen Spiel. So, manuell. Och, das ist doch zum Raufen. Open. Okay. 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 Das war jetzt schon gefährlich. Ich wollte hier lieber nochmal. Und rüber. Los. So, Verfolgungsmodus. Nein. Oh, ist das eine Kacke. Ist das eine Kacke. Ha. Das hat uns jetzt richtig Zeit gespart. Aber ob uns das überhaupt was gebracht hat, da jetzt einfach durchzuziehen. Das werden wir gleich sehen. So, jetzt wieder hier unseren Trick anwenden. Oh. Ich wollte eigentlich nicht. Nicht in das Loch. Ach, ist das eine. Ich habe das schon mal ein paar Mal bis fast ans Ziel geschafft. Aber da haben dann die Münzen leider nicht gereicht. Von der Anzahl her. So. Okay. So. 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 Bitte, liebe Kugel, mach dich doch mal da drüber. Nein, 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 nein. Geh mir doch nicht auf. So. Och, ist das bescheiden. Ja, 100 Münzen soll man hier sammeln. Also, man muss, glaube ich, hier de facto fast alle sich irgendwie angreifen. Oh. Oh. Hm. Do whom ist das? Do whom. Hm. Yes. Mist, jetzt bin ich rüber. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Och, nee. Komm, letzter Versuch, jo. Ja. So, die Stelle wieder. Und go, go, go. Ja, passt. Ach, komm, naja. Komm, ich probiere es einfach nochmal oder offscreen. Keine Ahnung. Ich habe es jedenfalls bei dem Schönen, weil da draußen wenig Lust, das glaube ich noch stundenlang zu probieren. Und von daher sage ich einfach mal spontan tschüss. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin.